Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf der Allgäu Moor. Mit dabei heute der Gorse und der Mari wieder. Grüß dich Gott! Was sechst du? Geht doch. Eine kurze Reaktion, dass ich nichts Falsches vom Zettel abließ. Hat man jetzt auch gar nicht gemerkt, dass du dich schwer konzentriert hast. Der Mari hat ja in der letzten Folge was angekündigt, dass er noch was zu erzählen hat. Genau, und zwar ist es auch eine sehr, sehr geile Geschichte. Hat auch wieder mit der IT zu tun, aber im Prinzip kann das jeder von euch stehen und nachvollziehen. Ruft ein Kunde an. Ja, sie hat gerade eine CD ins Laufwerk gelegt. Und als er das Laufwerk aufgemacht hat, war die CD nicht mehr da. Ich bin eh schon fast wieder ausgeflippt vor Lachen. Wie geht denn sowas? Und dann habe ich gefragt, ja, wie geht denn sowas haben sie denn gemacht? Sie haben sie ganz normal eingelegt und es ist ein Slimlaufwerk. Und ja, und letztendlich bin ich dann vorbeigefahren. Da hat der Kunde gesagt, dass der Kilometer von uns weg ist. So, dann bin ich da, guck mir den Rechner an, okay. War zu dem Zeitpunkt keine CD mehr drin, ja. Haben wir eine CD eingelegt? Natürlich, bei Slimlaufwerken klipst du die halt ja fest. Das ist ja Sinn der Sache. Kiebst rein, wird sie erkannt. Das Lustige ist, sie hat ja gesagt, dass sie auch von der CD noch starten konnte. Hä? Was im weiteren Verlauf gar nicht möglich ist. So. Haben wir die CD eingelegt? In der andere halt ging natürlich einwandfrei. Die CD eingelegt, konnte man starten davon. Wieder raus, ausgeworfen, fertig. Aber das gibt es doch nicht. Die CD war halt nicht mehr da. War sicher nicht mehr im Laufwerk. Das Seitenteil abgenommen. Reingeschaut. Hab auf dem ersten Blick auch nichts gesehen. Beim etwas genaueren hinschauen, sehe ich, dass die CD über dem Slimlaufwerk draufliegt. Und ich denke mir so, schauen Sie her, da ist die drin. Da oben. Wir haben sie denn das geschafft. Ja, ich habe die eingelegt und zugemacht. Wahrscheinlich. Meine Theorie einfach nicht festgeklipst und einfach nur draufgelegt. zugeschoben und anstatt, dass es die CD jetzt schreddert, hat sie sich halt quasi über diesen Tray, über diese 5,25 Zoll Laufwerkgeschäfte, ist ja immer so ein kleiner Spalt dazwischen. Da hat sie wahrscheinlich einfach hoch reingezogen. Aber sie kann absolut nicht davon gestartet haben, wenn keine CD drin ist. Wahrscheinlich hat sie ein anderes Programm gestartet. Ja, nichts von der CD, das kann nicht sein. Ja, wahrscheinlich hat sie das Programm schon. Also, dass sie auf Computer geht, auf die CD klickt und dann sich das Menü öffnet. Das ist halt so nicht möglich. Und ja, das ist für einige Lacher gesagt. Das war schon nicht schlecht. Also, ich bin jetzt in der 25. Spur und du? Ich bin jetzt in der 11. So viel zu, ich bin langsam. Du hast einen Meter mehr Arbeitsbreite. Nur mal so. Und ich hub jetzt mal, gell? Tschüss. Okay. Also, ich hab hier irgendwie 23 grad stehen. Hab ich vor dir angefangen? Nee, du hast gar nicht verstanden. Was, wo siehst du denn, wo siehst du denn die, die... Im GPS? Nicht dein Ernst. Doch. Wo denn? Links oben. Das Plus und dann steht ne Zahl. Da steht bei mir Minus. Na ja, dann bist du rückwärts gefahren. Aber da müsst Minus und dann ne Zahl stehen. Dann bist du rückwärts gefahren. Okay. 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 Ich geb's ja zu. Ich bin rückwärts gefahren. Du müsstest immer rückwärts. Ja, dann bist du jetzt in der 10. Reihe. Kann nicht sein. Ich hab jetzt noch eine Reihe und dann müsstest du noch eine haben. Das ist schon klar, weil ich normalerweise von links nach rechts anfangen. Ich hab von rechts nach links angefangen. Das ist halt der Grund. Ja, darum zählt es auch. Minus. Ja. Minus, jetzt ja, Minus 11. Ja, im Prinzip zählt er ja die ganzen, die ganzen Einheiten zählt er, die ganzen Spuren, die er anzeigt. Die zählt er halt durch. Ja, okay. Das ist cool, das wusste ich gar nicht. Wieder was dazu gelernt. Wieder was dazu gelernt. Man lernt halt nie aus. So ist es. Habe ich jetzt eigentlich nach dem Kapvermer Volksfest nur mal aufgenommen? Ich glaub nicht mehr, gell? Nein, nach Kapvermer. Da müsste ich ja eigentlich noch ein paar Worte dazu verlieren. grad mal so. Es war übrigens Hammer. Also ich war... Oder doch. Wir haben schon aufgenommen. Ich glaub an dem Sonntag. Ja, das könnte sein. Doch, ihr habt danach aufgenommen. Weil danach bin ich ja in Urlaub gefahren. Ich hatte da keine Zeit. Haben wir nochmal drüber geredet? Ich weiß es gar nicht. Es war auf jeden Fall hammerwesig. Und Sonntag war ja nicht aller Tage Abend. Ich war ja noch Dienstag da. Und da haben wir uns noch ein paar Massen reingeschüttet. Aber es war das beste Kapvermer von den Ereignissen her, muss ich sagen. War am lustigsten, am besten. Ich fahr dich schon von auf zurück, Mario. Darf ich noch nicht. Ich fahr dich zurück. Du, ich. Marcel. Hallo. Ja. Ich fahr die letzte zurück. Nein. Och. Nee, dann lass ich dich. Danke. Weil ich werd's nicht schaffen, deswegen. Muss ich nochmal wenden, dass das... Ich hab grad Bescheid bekommen, dass ich gehen muss nachher. Leider. Wann denn? Wohin denn? Nach der Folge. Ich muss meinem Bruder noch helfen, weil der am Umziehen ist, momentan. Oh mein Gott. Und dann müssen wir noch was fahren. Ich hab nur, ich hab ein großes Auto momentan. Oh. Dann sind wir ja quasi ab drei von mir noch zu zweit. Außer wir kriegen Tim noch dazu. Aber dann können Gorse und ich ein bisschen philosophieren über den LS. Genau. Man sollte mal zu zweit. Ihr habt ja so angefangen eigentlich. An sich, ja. Richtig. Theoretisch, ja. Genau. Müsste man sich halt nur... War ich alleine. Wird so romantisch. Wär mal wieder bei der Jugendfreigabe. Machen wir ein paar Kerzen an. Fläschchen Rotwein. Dann wird er schon willig. So, jetzt könnte ich ja auch noch was sagen, aber das ist auch wieder so. FSK 0 oder FSK 80? Nein, 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 es könnte gerade auch den Spuk vom Gosse anspielen. Mit dem Billig. Ah, willig. Willig, nicht billig. Willig. Kommt drauf an, wie viel Wein du verträgst. Gar keinen, weil ich ernsthaft noch nie immer in dem Wein drungen habe. Ja, dann bist du ja auch billig. Ja, siehst du. Billig zu kriegen, ja. Da reicht dir eine kleine Flasche Wein bei dir. Wahrscheinlich werde ich ein Wein nur von mir entdecken, aber das dauert noch. Dauert noch 20 Jahre. Bis im ersten... Genau, dauert nur 20 Jahre, bis ich es jetzt bis im ersten Mal probiert habe. Wahrscheinlich. Warum habe ich nicht früher einen Weinvonger? Das schmeckt so gut. Ja, das kommt dann auch mit dem Schlager hören. Mit dem was Schlager? Oh nein, niemals. Musikanten-Stadel. Nein. Es gibt... Also am Volksfest... Ist so eine Blasmusik ja nicht schlecht. Aber einmal im Jahr reicht es. Einmal im Jahr reicht halt dann auch. Maximal zweimal, wenn irgendwo noch ein anderes Volksfest ist. Wobei ich sende euch nachher mal einen Link zu einem YouTube-Video. Das sind auch solche in die Richtung, aber die machen richtig Stimmung bei uns. Die kannst du immer anschauen. Ja, das ist halt wieder was anderes. So eine langweilige Volksmusik ist ja noch was ganz anderes als so richtig rockige oder eben auch so verbundrockig mit Volksmusikelementen dazu. Die spielen zum Beispiel Jason Rulo Wiggle und so. Ja. Das kommt richtig geil. Ja, ansonsten Haus zu halten gab er jenei, gell? Boah. Geht schon. Bitte nicht. Ich glaube, schlimmer geht's nochmal. Äh, doch. Wirklich? Ich kann jetzt nur kein Beispiel nennen, weil... Ja. Na, es ist nicht... Sonst schaut's noch so aus, als würdest du dir das ständig anhören, gell? Als würdest du dich auskennen. Ich sag nicht, dass ich mich nicht auskennen, da ich viel auf Konzerten unterwegs bin. Ja, gut. Als Ton- und Lichttechniker bist du halt eben auf vielen Konzerten. Und auch bei Volksmusik, wofür brauchen die Lichttechnik? Am besten sieht keiner. Ja, ich mach ja auch, äh, Tontechnik. Ne, da. Ja, ja, gut. Ja, darum brauchen sie fast, aber am besten hier nicht. Abdrehen. Ja. Alles abdrehen. Äh, da hatten wir mal so ein lustiges auf einem Festival, wo Kraftklub gespielt hat. Oh, nee. Kraftklub, äh, kennt ihr sicher, oder? Ja. Mir sagt's nix so. Ähm, dadurch, dass es ein Festival war und nirgends einen fixen Stromanschluss gab, mussten wir ja ein Aggregat verwenden. Hm, okay. Gut, drei Aggregate waren aufgestellt. Eines nur für den Thron und zwei fürs Licht. Die zwei fürs Licht waren aber auch zuständig für das ganze restliche Gelände. Pff, es waren 1200 Ampere. Läuft. Ja, auf jeden Fall, auf einmal ging auf der Bühne das Licht. Aus und wir sehen nur noch zwölf Jungs losrennen, also das Elektriker-Team vom Festival. Ja. Nun ja, Aggregat abgeschmiert. Das zweite Aggregat hat natürlich eine Überspannung bekommen und ist auch in die Knie gegangen. Kein Licht, kein Strom auf dem Gelände. Und natürlich alle Zuschauer meinten, es gehört dazu. Na echt jetzt? Ja. Der Ton lief noch, oder wie? Ja, der Ton lief ja auf einem anderen Aggregat, das einsten war. Dann hätten sie einfach so weitergespielt. Haben sie. Sie haben dann alle Zuschauer aufgefordert, das Handy zu nehmen mit Taschenlampe. Ja. So, wenn du das gut drauf bist, dann läuft das weiter. Die meisten Jungs sind cool drauf, da wo vorbeikommen. Das ist ja jedes Jahr. Ende Juli, Anfang August. Okay. Hat sich je erzählt. Beim letzten Projekt, dass ich da bin. Und muss keine Zeit haben. Genau, weiß ich noch. Ja, das macht jedes Jahr wieder Spaß. Ähm, da gleich mal noch eine Frage dazu. Was würdest du denn als Gesangs-Mikro empfehlen für den Einsteiger? Kommt drauf an, was du machen möchtest. Live-Performance, Studio-Performance. Studio-Performance. Puh, da müsste ich nachschauen. Weil das NT1-A ist für die Sprache gut. Gesangsaufnahmen klingen dort einfach nicht so warm. Wenn ich das auf manche Lila draufschneide, soll das halt einfach warm weicher klingen. Das klingt dann relativ kalt und rau. Hab ich jetzt da... Ja, ähm... Nein! Ich bin gerade verwirrt. Nein, das hat sich falsch verstanden. Ich schneide nur. Aha. Ja, aber du brauchst... Wieso fragst du dann fürs Mikro? Derjenige, der sinkt, braucht halt mein Rad. Und ich hab gesagt, gutes Rad ist teuer. Ne, guter Rad ist teuer. Aber Renderer würde ich trotzdem empfehlen. Ne, aber ich wie gesagt, wir haben es mit dem NT1-A probiert. Aber damit klingt das halt nicht so, wie es sein soll. Das ist verständlich. Eben. Na gut, wobei du wahrscheinlich mit einem Mischpult da noch viel rausholen kannst. Hab nicht, aber das ist jetzt... Das Mischpult habe ich so eingestellt gelassen, wie es für die Stimme ist. Bass, bisschen mehr hochgedreht und Höhen... Also, was glaube ich denn? Die Höhen... Warte mal, wie ist das jetzt gerade eingestellt? Die Höhen, die Höhen ein bisschen mehr und die Tiefen und mitten ein bisschen runter. Hörst du gerade innen Perspektive oder außen Perspektive? Innen. Guck mal zu deiner Blick. Du bist nicht neben mir, du bist nicht neben mir. Oh. Ich sehe keinen mehr, du bist nicht existent, sorry. Der Geist, mein Joystick, bewegt sich wieder bei dir. Was ist das bei dir? Hey, man sieht ihn nicht mal nur mit der Außenperspektive. Man sieht dich einfach gar nicht. Ach, wieder. Ah, nee, das Phänomen mit dem Gas geben und bremsen. Mit dem Beifahrer, kennst du das nicht? Nee. Steig mal aus, ich fahr mal ein Stück, dann steigst du als Beifahrer, ein und gibst mal Gas oder bremst. Ja, ich... Der Knüppel bewegt sich selber. Wenn ich jetzt vorwärts Gas gebe und du bremst, geht er nach hinten. Ja, ich kann den Knüppel quasi steuern. Ja, aber bringen tut es nichts. Geil. Ups, hammermäßig. Ja, dafür, wenn du mit Pedalen fährst, bewegt er sich gar nicht. Nee. Doch. Ja, weil er quasi die Eingabe nicht kennt. Ja, der ist hart gescriptet auf W und S. Genau. Das ist... ein bisschen schade. Beim 9,39 auch. Mal eine Frage von euch, ist keiner interessiert in einem Formel-1-Rennspiel? Äh, nee. Du hast das Spiel, Rennspiele generell. Nee, nee. Warum nicht? Nee, du. So. Wir sind fertig, gell? Nur mal so. Wir sind fertig. Ich hab 30 Minuten auf der Uhr. Ja, wir haben 14 Minuten auf der Uhr. Zwei Folgen krubbern, äh, pflügen. Ach so. Dann sind wir jetzt so weit fertig. So fertig. Ja, ja, ja. Aber nicht mit der Folge durch. Nein, nein. Ja, du müsstest dich da mal klarer ausdrücken. Tut mir leid. Ja. Also dachte, das wäre selbstverständlich. Nach drei Folgen grobern bin ich jetzt dann hoffentlich auch gleich fertig. Ich mach das jetzt dann. Da ist die Wald-BGA und die funktioniert wahrscheinlich genauso wenig. Habt ihr die schon probiert? Ja, Marcel hat sie ausprobiert. Ich hab sie im Privat, also, äh, Privat sage ich schon, im Signal Player ausprobiert. Okay. Und? Und ich hab da eine komplette, also das komplette Silo reingeschöffelt und es ist kein einziges Cent rausgekommen. Das ist nicht gut. Also die Birke, Alter, wie fährst du, Junge? Oh, wo komm ich denn hier raus? Ja, das ist jetzt, äh, ein bisschen Exkursion im Allgäu. Mal wieder. Ja, immer. Ist nicht schlecht. Ist nie verkehrt. Jetzt einfach nach rechts oder nach links. Links. Dann. Ja, stimmt, natürlich. Ich bin den Weg zu oft gefahren. Ich hab grad, kaum bin ich aus der Innenperspektive raus. Sind es nämlich nur noch 70, 60 und Außenperspektive sind es da gleich mal wieder. 120 FPS. Ja, die 1080 ist halt schon nochmal was anderes hier im LS. Damit ist es dann scheißegal, wo du bist, du hast genügend FPS. Und auch dann für einen 144 Hertz Monitor wirkt das dementsprechend einfach flüssig. So, jetzt sind wir aber durch. Jetzt sind wir durch, Freunde. Ich fahr auch noch kurz auf dem Hof. Ja, ich bin noch kurz vom Hof und das wirkt doch schöner, wenn ich so quasi meinen Traktor am Hof abstelle, dann sieht es so aus, als wäre die Arbeit wirklich getan. Sieht es so aus, als ob du wirklich was könntest. Genau. Ja, Gott, dass ich noch nicht durch bin, aber... Wo ist denn jetzt der Kerl? Ah, der ist hinten. Ist da gehoben. So, Gott. Dann. Wir sind raus, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.